Hi Leute, hier ist wieder Toni von Passion Life, die Tanzschule in Chemnitz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auf geht's zu Teil 2. Am Ende des ersten Teils hatten wir die beiden Bewegungen. Eins, zwei. Achtet darauf, dass eure Füße hintereinander stehen, nicht überkreuzt, hintereinander. Jetzt drehen wir, drei, die linke Hand und an den Rücken oben, vier, und, und eine Stelle nach hinten, fünf, sechs. Nochmal, wir sind hier unten, zwei. Wir drehen, hoch, hoch, Hand, hinter. Beim nach hinten gehen, zeigen wir, wie ihr nach unten, bis der Fuß am Körper dran ist. Eins, zwei, drei, und, vier, und, fünf, sechs. Weiter geht's, weiter geht's, links, rechts, die Hände gehen zusammen, ein Tap auf den Boden, und dann geht's nach vorn, Schritt. Wir sind hier, die Füße wechseln, links, rechts, links, rechts, hart, Tap. Und bei dem Tap, berührt ihr nur ganz kurz den Boden, Tap, und hebt dann das Knie hoch. Tap, und jetzt der rechte Arm, zieh, und Schritt. Am Ende ist das rechte Bein voll. Wir sind hier. Eins, zwei, drei, und, vier, und, fünf, sechs, und, sieben, und, acht. Eins, zwei, drei, und, vier, und, fünf, sechs, und, sieben, und, acht, eins, zwei. Ich zeige euch die ersten Bewegungen nochmal in eure Richtung, und zwar, zieht ihr hier, greift das Bein, dreht euch, nur die Hand hoch, Körper hoch, Hand hoch, hinteren. So, nochmal komplett von vorne, den ersten und den zweiten Teil. Sieben, acht, eins, und, zwei, und, drei, vier, und, fünf, sechs, sieben, und, acht, und, eins, zwei, drei, und, vier, und, fünf, sechs, und, sieben, und, eins. Und, acht, eins, zwei, und, acht, eins, zwei. Die acht, die wir gerade gelernt haben, besteht aus vielen kleinen Bewegungen. Bleibt am Ball und gebt euer Bestes. Nächste Woche kommt ein Teil drei. Viel Spaß beim Trainieren.